Bittere Neuigkeiten, Bauer sucht Frau International Paar Fritz und Julia haben sich getrennt. Die Hofdame machte im Netz eine vielsagende Andeutung zum Liebes aus. Bauer sucht Frau International, Trennung bei Fritz und Julia Nun kurz nach dem Finale von Bauer sucht Frau International gibt es traurige Liebesnews, Fritz und Julia haben sich offiziell getrennt. Noch während der Dreharbeiten flogen zwischen dem Ackerbauern aus Frankreich und der Limburger in die Funken. Nach den Dreharbeiten wollten sich die beiden weiter kennenlernen und einigten sich zunächst auf eine Fernbeziehung. Doch nun gab die Blondine die Trennung bekannt und machte eine kryptische Andeutung zu den Gründen. Julia macht kryptische Andeutung, aufgrund aktueller Vorkommenisse. Ich muss euch mitteilen, dass Fritz und ich keine gemeinsame Zukunft haben und auch kein Paar sind, schrieb Julia auf ihrem Instagram-Account. Laut der Bauer sucht Frau International-Kandidatin seien sie und Fritz einfach zu unterschiedlich und hätten zu gewissen Themen zu verschiedener Ansichten gehabt. Doch sie deutet auch an, dass es vorgefallen ist, aufgrund aktueller Vorkommenisse habe ich den Kontakt zu ihm und seiner Familie abgebrochen. Weitere Details nannte sie allerdings nicht. Die Bauer sucht Frau International-Fans sind traurig über das plötzliche Liebes-Aus, denn immerhin hatte alles nach einem Happy End für Fritz und Julia ausgesehen, doch sie zeigen sich auch verständnisvoll. Lieber jetzt, als wenn du schon dorthin gezogen wärst, schreibt beispielsweise eine Userin. ... ... ...